Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vapesene Investigation. Ja, Folge 26 von Vapesene Inside, dem VSI-Magazin. Heute unter anderem mit den Themen, die Abmahnung, die bei mir eingetrudelt ist, die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der FDP zu den 6-Monatsfristen unter anderem, dann hat der Christian Solmecke was zu dampfen und Nichtraucherschutz referiert, dann gibt es eine ziemlich lächerliche Antwort des WDR auf mein kritisches Video zu deren Marktbeitrag. Es gibt Neues zur FDA, Neues zur Juul und ganz, ganz viel Presse- und Forschungskram. Viel Spaß! Wie immer vorweg, was dampfe ich? Und zwar habe ich hier die Essex Mini G-Class, da drauf ist der Aroma Meiser Plus mit der 20ml Tankerweiterung und da drin ist Key Lime Cookie von Flavor Boss. Und ja, ich befülle das direkt aus der großen Flasche. Das ist praktisch bei dem 20ml Tank, weil sonst braucht man immer so lange mit so kleinen Flaschen. Mit der großen ist es voll großartig. Ja, die Abmahnung, was ist passiert? Das ging ja schon so ein bisschen über Facebook. Also ich bin abgemahnt worden und zwar von der Kanzlei Rechtsanwälte Raphael Thomas in Berlin im Auftrag von Neosmart Consulting AG. Und zwar ist das die Firma, die quasi hinter Zentrum der Gesundheit steht. Ich habe ja mehrere Videos zu denen schon gemacht. Zwei Videos habe ich jetzt zurückgezogen, weil da Aussagen drin sind, die jetzt quasi Gegenstand dieses Rechtsstreits sind. Die kann ich hier auch nicht wiederholen, weil sie Gegenstand dieses Rechtsstreits sind. Also ich kann euch nicht genau sagen, um welche Formulierung es da geht. Es geht ganz allgemein um Aussagen zu der Seite und zu den Autoren. Ich war da ja sehr kritisch. Und ja, da streiten sich jetzt gerade die Anwälte. Dann hatte ich gesagt, okay, muss ich mal gucken, wie ich das händle. Dann haben ganz viele Leute gesagt, hey, komm, wir sammeln Spenden. Auch viele Händler und so. Und dann habe ich eine Adresse zur Verfügung gestellt, habe gesagt, okay, wenn ihr was geben wollt, wenn ihr euch beteiligen wollt, macht mal. Da habe ich gedacht, naja, dann wird es halt nicht ganz so teuer für mich. Tatsächlich ist es so, dass da innerhalb von fünf Stunden so viel zusammenkam, dass ich direkt den Spendenlink wieder entfernen musste. Da so erstmal vielen Dank an alle, die sich da beteiligen wollten, damit ich da das finanzielle Risiko nicht alleine tragen muss von der ganzen Kiste. Also das schwebt noch. Ich bin aktuell jetzt bei so ein bisschen knapp vierstelligen Kosten, also knapp über 1.000 Euro, meine Kosten. Nur für meinen Anwalt, was die restlichen Kosten angeht. Ja, wie gesagt, das ist im Moment noch offen. Das ist quasi noch schwebendes Verfahren. Muss man mal schauen. Ich halte das in jedem Fall komplett transparent. Habt es auch auf Facebook schon transparent gemacht. Da gibt es ein PDF auf der VSI-Seite. Wer was gespendet hat, alles aufgelistet. Natürlich anonymisiert, aber so, dass jeder sich noch wiedererkennt. Und wenn da was übrig bleibt nachher, und da wird vermutlich was übrig bleiben, geht das als Spende an die GWOP. Das ist dort auch alles erklärt. Also wer sich das anschauen möchte, wer da meint, ich stecke mir da irgendwas in die eigene Tasche oder so, auf Facebook gucken, das ist wirklich 100% transparent. Das will ich auch gar nicht anders. Und ansonsten natürlich vielen Dank an alle, die mich da unterstützen wollten. Und wenn es da was Neues gibt, werde ich euch entsprechend informieren. Wie gesagt, zu den Details kann ich halt leider nichts sagen. Aber da haben sich schon andere involviert. Also es gab schon Interessenten aus anderen Bereichen, die sich diesen Fall angeschaut haben. Also neben meinem Anwalt. Und möglicherweise greifen die das an anderer Stelle nochmal irgendwie auf. Naja, das wird man halt sehen. Dann haben wir die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP. Ihr könnt euch ja erinnern, ich hatte dazu berichtet, die FDP-Fraktion im Bundestag hat eine sogenannte Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und hat da ganz viele lustige Fragen gestellt. Auch zum Sinn und Zweck der Sechsmonatsfrist. Und wie ich ja schon erklärt hatte, ist es halt so, dass das vor allen Dingen dazu dient, dass die Bundesregierung sich selber mal ein paar Fakten stellt. Und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, erwartungsgemäß kam natürlich nicht viel dabei rum. Die haben also quasi zu allen Sachen geantwortet, so, hm, keine Ahnung. Was natürlich witzig ist, weil sich die Antworten da auch so ein bisschen widersprechen. Denn einerseits zum Beispiel auf die Frage, wie viele Kontrollen denn stattgefunden haben. Oder ist denn schon mal was innerhalb der sechs Monate verboten worden? Sagen sie, naja, das machen ja die Länder, dazu haben wir keine Zahlen. Und an anderer Stelle sagen sie, naja, in ein paar Jahren wird das ja EU-weit evaluiert. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn die Bundesregierung hier die Zahlen von den Ländern nicht hat, was genau will sie dann auf EU-Ebene mit irgendwem vergleichen? Ja, da kann man ja nicht wie ein Friseur hingehen, nur ein Kamm in der Tasche. Da muss man ja mit Zahlen hingehen, ansonsten bringt das Ganze überhaupt nichts, da zu evaluieren. Also möglicherweise haben sie zumindest das jetzt mal selber gemerkt, so, okay, wenn wir da eine EU-Evaluierung irgendwie haben, dann müssten wir mal schauen, wie die Zahlen sind. Also möglicherweise haben sie das gemerkt. Ansonsten lassen diese gesamten Anfragen zu der Anfrage sehr, sehr tief blicken. Das kann man leider nicht anders sagen. Verlinke ich euch natürlich auch, logisch. So, dann haben wir eine kleine News-Meldung und zwar von der mittelbayerischen. Junge Männer brechen in Disco zusammen und zwar sind da also mehrere Kerle zusammengeklappt, nachdem sie E-Zigarette konsumiert haben und es steht im Raum, dass denen jemand was in die E-Zigaretten reingemacht hat und da gab es große Diskussionen hinterher auf Facebook. Ist das überhaupt möglich? Ja, kann man das überhaupt? Und ja, na klar. Na klar kann man das. Also, ich weiß nicht, ob das eine wahre Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob das so passiert ist. Aber mal prinzipiell wegen dieser Diskussion. Selbstverständlich ist es theoretisch möglich, solche Dinge über eine E-Zigarette zu sich zu nehmen. Denn man kann ja auch Opiate rauchen. Heroin kann geraucht werden. Und es gibt ganz viele Stoffe oder ganz viele Drogen, die per Inhalation eingenommen werden. Und von Nikotin gar nicht anzufangen. Also, es ist absolut möglich, solche Stoffe auch über die Lunge aufzunehmen. Da muss man auch kein Arzt für sein, sondern nur mal überlegen, was wird denn noch so an Drogen alles geraucht? So, Crack, Heroin und was weiß ich, was da alles gibt. Und entsprechend viele K.O.-Tropfen, das sind ja nicht alles die gleichen, aber es gibt wohl eine Menge K.O.-Tropfen, die auf Opiat-Basis sind. Und Opiate kann man auf jeden Fall über die Lunge aufnehmen. Also, ist nicht komplett unrealistisch. Aber trotz allem mal eine interessante Geschichte. Also, nicht nur die Ladies, die jetzt auf ihren Drink aufpassen müssen, jetzt müssen die Herren noch auf ihre E-Zigarette aufpassen, damit sie hintenrum Jungfrau bleiben. Dann gibt es eine Initiative von unserer Umweltministerin, Bundesumweltministerin, die gesagt hat, Zigarettenhersteller sollen sich an den Kosten der Müllentzorgung beteiligen wegen der vielen Zigarettenkippen. Ja, klingt erstmal sinnvoll, weil das ist natürlich super eklig, wenn überall so Kippen rumliegen. Ich war selbst lange Raucher und fand das trotzdem immer sehr unschön. Also, gerade so auf Waldwegen oder in irgendwelchen Gebäudeecken oder so, das sammelt sich ja auch so. Auch im öffentlichen Raum ist einfach unschön, dass man sagt, okay, man beteiligt die da irgendwie, wenn sie ein Produkt verkaufen, was so einen hohen Anteil an Wegwerfanteil, also so einen hohen Wegwerfanteil hat, oder das ist ja im Endeffekt ein Viertel des Gesamtproduktes, ja, ist der Filter, plus noch ein kleines bisschen Tabak und Papier, was dann auf dem Boden landet, dann müssten die das halt auch mit übernehmen. Jetzt wäre natürlich die nächste Frage, ist das nicht über die Tabaksteuer mit abgegolten? Ja, soll mir an der Stelle egal sein? Mir geht es so darum, ist das nicht vielleicht ein Punkt, wo man mal seitens der Verbände das Gespräch suchen kann, auch mit dem Bundesumweltministerium und sagen kann, pass auf, ihr seht ja das Problem bei Zigaretten. Wir haben hier mit den 10 ml Flaschen quasi ein ähnliches Problem und es ließe sich relativ einfach aus der Welt schaffen, indem man das 10 ml Limit kippt. Ja, dann haben wir einen großen Gewinn für die Umwelt, nämlich weniger Plastikmüll. Ich denke, da gibt es vielleicht ein offenes Ohr für diese Art Gespräch. Weiß man natürlich nicht. Aber das wäre halt der positive Schritt von dieser ganzen Geschichte, Kippenfilter jetzt zusätzlich zu besteuern. Der negative wäre, dass man sagt, ach, guck mal, bei Zigaretten ist das hier genauso mit den Pullen und da hauen wir auch was obendrauf. Das wäre dann eher eine unschöne Richtung der Diskussion. Und deswegen finde ich, dass unsere Verbände da schauen sollten, wobei ich schon denke, dass sie da auch dran sind, dass sich diese Diskussion in die gute Richtung entwickelt, dass man sagt, hey, wir haben hier eine Möglichkeit, Müll zu reduzieren, bevor da noch jemand auf dumme Ideen kommt. Dann haben wir mal was zur gute Presse, schlechte Presse mal wieder. Es gab eine Studie, da hat man von etwas mehr als 5000 Menschen den Urin untersucht, nach dem Rauchen, nach dem Dampfen. Und auf Basis derselben Studie mal zwei Artikel. Einmal futurezone.de, das ist mehr oder weniger auf dem Niveau der Bunte, sag ich mal. Das ist so ein sehr kleines Niveau der Recherche. Und also die hauen eher so raus, so Newsmeldungen, machen da relativ wenig redaktionell. Das sieht man schon daran, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den Namen des Wissenschaftlers korrekt abzuschreiben, der diese Studie zu verantworten hat. Der heißt nämlich, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, der heißt Maci Lukasz Goniewicz. Und bei futurezone heißt er dann einfach Maci Lukasz. Also die beiden Vornamen. Ja, kann schon mal passieren. Aber daran sieht man schon so ein kleines bisschen das Niveau der ganzen Geschichte. Und die sagen halt, ja, guck mal, was man da alles bei den Rauchern gefunden hat. Und drehen das dann irgendwie so auf die E-Zigaretten-Nutzer. Wo ich schon gedacht habe, her, komisch. Dann hat aber CNN zu genau derselben Studie einen Artikel geschrieben und sagt, E-Cigarettes less toxic to users than cigarettes, study sales. Also E-Zigaretten-Nutzer sind weniger von Schadstoffen belastet als Raucher, so als Zigarettenraucher. Und wie gesagt, selbe Studie, zwei komplett unterschiedliche Auslegungen. Die Studie selber zeigt eigentlich, dass die Leute, die E-Zigaretten, also Schadstoffbelastung normaler Mensch mit E-Zigarette, Raucher, so sieht das aus. Und wie gesagt, die CNN-Berichterstattung stellt das auch korrekt dar, was die Studie sagt. Und die sind auch in der Lage, den Wissenschaftler, den Verantwortlichen, korrekt beim Namen zu nennen. Wobei das eigentlich nicht so schwer ist. Also FutureZone, hallo, den Namen nicht mal richtig abschreiben, das ist schon hart. Die drehen das halt in eine komplett falsche Richtung bei FutureZone. Und naja, so läuft das eben manchmal. Da müsst ihr immer vorsichtig sein, wenn die Leute irgendwelche Artikel schreiben und sagen, hier gibt es eine Studie, schaut immer in die Studie rein. Schaut immer in die verfickte Studie rein und macht euch ein eigenes Bild. Das ist nicht so schwer, wie man denkt. Es gibt bei allen Studien ein sogenanntes Abstract. Ja, das ist quasi eine Kurzzusammenfassung. Das ist ein Ding, das ist ein paar Zeilen lang. Wenn man ein kleines bisschen Englisch kann, manche Studien gibt es ja sogar auf Deutsch, die meisten auf Englisch, wenn man ein kleines bisschen Englisch kann, ist das relativ einfach nachzuvollziehen. Und sehr, sehr häufig, und das ist auch meine Erfahrung hier, und ich befasse mich ja recht viel mit diesem ganzen Studienkram und der Berichterstattung, ist es so, dass die Studien schon gut lesbar sind, dass man schon genau sieht, um was geht es da. Und dass Presseerzeugnisse gerade auf so einem niedrigen Redaktionsniveau wie Futurezone, Bund, Fokus, Spiegel Online, also da, wo so schnell Nachrichten rausgepumpt werden, dass die das gerne mal falsch verstehen oder versuchen, in so eine Richtung zu drehen. Deswegen, wie gesagt, macht euch da immer ein eigenes Bild. Aber schön zu sehen, dass zumindest CNN da noch in der Lage war, eine vernünftige Berichterstattung zu gewährleisten. Das lässt ja hoffen, dass der eine oder andere vielleicht doch noch ein kleines bisschen Journalistenwürde hat. Dann haben wir als nächstes Thema den Christian Solmecke. Wer das nicht kennt hier, das ist Kanzlei WBS auf YouTube. Der macht halt immer wieder Rechtsvideos. Das ist ein Anwalt. Der war auch damals mit seiner Kanzlei da beteiligt bei diesem Rechtsgutachten zu den YouTubern. Wer sich da vielleicht noch erinnert, 2015, 2016, so, uh, die TPD kommt. Da gab es damals so ein gemeinsames Gutachten. Das war die Kanzlei. Und der Christian Solmecke hat jetzt ein Video gemacht zu Nichtraucherschutz und Dampfen. Ist eigentlich sehr gut. Tatsächlich ein schöner Überblick. Dinge, die ich ja hier und da auch schon mal erwähnt habe, weil das ja immer wieder gefragt wird, wie ist denn das mit dem Nichtraucherschutzgesetz und so. Der jetzt mal aus seiner Perspektive als Anwalt das mal so ganz groß aufdröselt. Kleine Kritik habe ich dabei dann doch. Also er hat das sicherlich gut gemeint. Er hat das auch gut dargestellt. Allerdings in seiner Anmoderation hat er da irgendwie so beispielhaft so ein Liquid und sagt, ah, das ist jetzt aber gefährlich, weil da steht ja drauf, Nikotin ist ein gefährlicher Stoff. Also sehr geehrter Herr Solmecke, das steht leider auch auf nikotinfreien Produkten drauf, weil die Regulierung halt total behindert ist. Das hätte er wohl besser wissen können, hat er nicht. Aber da lasst euch bitte nicht abschrecken von dieser kruden Anmoderation. Der Rest, die Ausführungen zum Nichtraucherschutzgesetz sind absolut in Ordnung und sehr, sehr interessant. Da schaut also entsprechend mal rein. Und ich sage es an der Stelle nochmal, alles, was ich hier erzähle, wird wie immer unter dem Video verlinkt. Das heißt, bei mir immer unbedingt in die Infobox reinschauen, gerade bei den Insights, wo dann entsprechend weiterführend für euch nochmal Infos sind, beziehungsweise jetzt wie hier, das Video, von dem ich spreche, direkt verlinkt ist. Übrigens, wer noch nicht abonniert hat, kann das an der Stelle auch mal tun. Sonst verpasst ihr hier noch Videos. Das wäre, also, das geht natürlich gar nicht. Also hopp. Ich trinke jetzt was, ihr habt jetzt Zeit zu abonnieren. Dann haben, oh ja, die Antwort des WDR. Also, ich hatte ein Video gemacht, am Anfang Dezember mit dem Rundfunkstaatsvertrag den Arsch abgewischt. Da geht es um einen Beitrag von WDR Markt, der inzwischen auch auf NDR Markt gelaufen ist. Und da habe ich also sehr große Kritik geübt. Unabhängig von der Kritik in meinem Video, die also sehr, sehr umfangreich war, gab es da hinterher sogar noch Dinge, die ich gar nicht mit reingenommen habe, die ich also hinterher erst erfahren habe, die diese Kritik sogar noch erweitert hätten. Und der WDR hat sich aufgrund der Vielzahl von Beschwerden, denn viele von euch haben sich tatsächlich da beschwert über den Rundfunkrat und haben mir gesagt, das geht so nicht, haben die sich genötigt gesehen, da also ein zwölfseitiges Pamphlet als Antwort zu veröffentlichen. Das haben sie auch unter dem Beitrag veröffentlicht. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, nicht schlecht, getroffene Hunde bellen. Leider ist dieser Beitrag natürlich auch wieder ein Haufen Quark. Ich verlinke euch den. Ich habe den auch unter dem Originalvideo noch nachträglich natürlich in der Infobox verlinkt. Da sind wir wieder bei der Infobox. Immer reingucken. Ja, ich gehe da mal so auf so zwei, drei Dinge ein, die mir da sehr ins Auge gesprungen sind. Nicht auf jede Kleinigkeit, ihr könnt das ja selber lesen, dann seht ihr schon, dass das viel, viel Quark ist und reines, das ist reine Verteidigungshaltung. In der Sache hätten sie aber auch einfach sagen können, okay, wir haben Scheiße gebaut, das wäre ehrlicher gewesen. So, da fangen wir mal an mit der Seite 1, wo sie sagen, dass der Beitrag weder die Gefährlichkeit des Rauchens verharmlost, noch Rauchern davon abrät, auf die E-Zigarette umzusteigen. Ja, wenn man einen Beitrag macht, der vom Ton her die ganze Zeit warnt, wie gefährlich die E-Zigarette ist, was ist denn das, was anderes als Raucher davon abzuhalten, umzusteigen? Ja, das ist natürlich eine reine Behauptung und völliger Quark, wenn man sich den Beitrag ansieht, der ist komplett zu 100% kontra E-Zigarette und das ist genau der Punkt, wenn man Rauchern Angst davor macht, umzusteigen, dann ist das nun mal so, ja, dann muss man auch ehrlich dazu stehen und kann nicht sagen, nee, wir haben doch gar nicht abgegraten. Doch, natürlich habt ihr das. Selbstverständlich. So, selbstständig haben wir unseren Beitrag, den aktuellen Stand der Forschung zur E-Zigarette recherchiert und dabei sowohl Studien berücksichtigt, die ein Gesundheitsrisiko der E-Zigarette nachweisen konnten, als auch Studien, die zu dem gegenteiligen Ergebnis kommen. Wenn ich mir aber die Studienauflistungen am Ende dieser zwölf Seiten anschaue, beziehungsweise auf der zwölften Seite, dann bietet sich da ein sehr einheitliches Bild von Junk Science. Tatsächlich Studien, die aufeinander referenzieren, das ist ja das Lustige bei diesen ganzen Studien mit oh Gott, oh Gott, Aromen lassen euch den Schädel explodieren und Nikotin macht Adern steif und so. Das sind ja alles Leute, die sich da im Kreis gegenseitig zitieren, seit Jahren, wo von außen also auch gar keine Impulse mehr reinkommen. Und das ist nur aus dieser E-Zigaretten-sind-gefährlich-Welt. Also, ich habe da keine Studie gesehen, die tatsächlich das anders darstellt. Die gibt es ja sehr wohl. Da gibt es auch einige von. Gar nicht so wenige. Die finde ich in dieser Auflistung nicht. Also, ich kann hier nicht nachvollziehen, dass der WDR tatsächlich ein breites Forschungsbild da berücksichtigt hat, sondern die haben tatsächlich ein sehr einseitiges Forschungsbild betrachtet und haben entsprechend auch ein sehr einseitiges Bild davon gezeichnet. Achso, auf der Seite 2 sind wir übrigens. Dann Umstieg zur E-Zigaretten- auch nicht emissionsfrei und nicht frei von weiteren potenziellen gesundheitsschädlichen Folgen. Ja, ich habe es an vielen anderen Stellen auch schon gesagt. Dann zeigen Sie mir doch mal einen. Ja, das ist immer ganz viel potenziell. Klar, ja, kann man natürlich so sagen. Potenziell kann ich aber auch, wenn ich hier, weiß was ich, was nehme ich denn jetzt mal? Potenziell könnte mir diese Flasche jetzt auf den Fuß fallen. Ich könnte ein Blutgerinnsel davon bekommen und sterben. Potenziell. Wie realistisch das ist, Fakt ist, wir haben nach, jetzt muss man ja sagen, 14 Jahren E-Zigarette oder E-Zigarette in der Art und Weise, wie sie halt modern funktioniert, also seit 2005, seit 14 Jahren, niemanden auf der ganzen Welt, der dadurch einen konkreten Gesundheitsschaden erlitten hat. Das ist ja schön, wenn man von potenziellen Risiken redet. Potenziell kann mir auch ein Meteorit auf den Kopf fallen. Fakt ist aber, da gibt es einfach niemanden und entsprechend sollte man natürlich vorsichtig sein, wie weit man sich da dann aus dem Fenster lehnt. So, dann geht es um die britische Studie von Public Health England mit den 95% und das ist wirklich der absolute Knaller, was der WDR sich hier leistet. Allerdings handelt es sich bei dieser Aussage wohl um eine Fehlinterpretation der wissenschaftlichen Ergebnisse. Wow. Wow. Jedes Jahr bestätigt, dieser Report wird jedes Jahr aktualisiert, finanziell gestützt von einer staatlichen Stelle, eben nicht von Pharma, Tabak oder sonst irgendeiner Industrie. Das ist der entscheidende Punkt. Denn interessanterweise ist es ja so, dass wir in der westlichen Welt nur ein Land haben mit einem öffentlichen Gesundheitssystem, das nicht über private Verträge mit Pharmaunternehmen funktioniert. Ja, bei uns ist das so, die Krankenkassen machen Verträge mit den Pharmaunternehmen und, und, und. Da gibt es sehr enge Verflechtungen. Da würde ich auch gar nicht sagen, das ist gut oder schlecht, aber das ist so. Das ist eine enge Verflechtung mit der Pharmaindustrie. Das einzige westliche Land, wo das anders ist, ist England. UK macht das anders und komischerweise kommt man da staatlicherseits zu der Erkenntnis, man sollte vielleicht die Forschung fördern in diesem Bereich und diese Forschung kommt zu dem Ergebnis, es ist 95% weniger schädlich, das sollte man empfehlen. Da sage ich nachher in dieser Folge Webseam inside auch noch was dazu, wie das dann so aussieht von Public Health England beziehungsweise wie Cancer Research UK da auch noch involviert ist. Also Fakt ist, das sind wirklich pharma-geldfreie Forschungen, und da kommt man komischerweise zu dem Ergebnis, hm, das ist ja viel, viel weniger schädlich. Und das ist eben keine Missinterpretation, tatsächlich hat sich auch das Cochrane-Institut die ganze Geschichte angeschaut, also die Forschungslage, das Cochrane-Institut, deren gesamter Sinn und Zweck ist es, frei von irgendwelchen Einflüssen zu bewerten, was ist seriös und was nicht. Und die kommen zu der Erkenntnis, das ist seriös. Die kommen zu derselben Erkenntnis, es ist auf jeden Fall die Studienlage die seriöse Studienlage und das ist genau der Punkt. Die seriöse Studienlage ist da völlig auf einer Linie, das ist 95% bis 99,5% weniger schädlich als das Rauchen. Da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Im Übrigen bezieht sich diese Kritik, die sie da, die der WDR hier ausführt, auf einen Artikel im Lancet. Der Lancet, der damals diese Public Health England Publikation angegriffen hat, wohlgemerkt, nicht in der Sache, die haben keinen einzigen Fakt widerlegt, null. Die haben nur die Autoren angegriffen und da möchte ich dem WDR mal eins sagen. Das, was der Lancet da macht, das mag dort unter die freie Meinungsäußerung fallen. Sich das hier zu eigen zu machen, ist ein Tausendstel Millimeter vor einer Verleumdung, vor einer Straftat. Denn das sind nur Verleumdungen. Im Übrigen sind die Ausführungen des Lancet teilweise auch noch falsch. Da wird dann unterstellt, dass der eine würde für die Tabakindustrie arbeiten. Stimmt so nicht. Der hat für eine Organisation gearbeitet, die später nach dieser ganzen Geschichte von der Tabakindustrie gekauft wurde. Da kann der Forscher aber mal gar nichts für. Das ist der Herr Hayek gewesen. Ein weiterer, dem sagt man, der hätte nicht offengelegt, dass er dafür eine, also da ging es um Ricardo Polosa, dass der dafür eine Firma oder Gelder von einer Firma bekommen hat aus dem E-Zigarettenbereich. Das hätte er nicht offengelegt. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Denn wenn man mal in diese Geschichte reinschaut von Public Health England, dann sind diese Geschichten da sehr wohl aufgeführt. Also da gibt es keinen geheimen Interessenkonflikt, den der Lancet da unterstellt und dass der WDR sich das dazu eigen macht. Wow. Wie gesagt, ist kurz vor einer Verleumdung. Wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit, mit sowas. So. Ja, dann haben wir hier zudem wurden wichtige Einschränkungen der beteiligten Wissenschaftler, ihre Ergebnisse beifügten, nicht erwähnt. Wie gesagt, das ist falsch, lieber WDR. So. Ja, geht es um den Zigarettenzulieferer Abigroup. Genau, das habe ich schon gesagt. Wie gesagt, diese entsprechenden Verflechtungen oder dass da Gelder geflossen sind, das ist sehr wohl in den Veröffentlichungen von Public Health England enthalten und auch nicht versteckt oder irgendwie verbrämt. Da gibt es überhaupt nichts anderes zu behaupten, dass sie sich hier hinstellen, WDR, und einfach behaupten, dass das wäre so. Also einfach das nachplappern, was der Lancet damals gemacht hat, was also, wie gesagt, in Deutschland so schon gar nicht ginge. anstatt dann wenigstens mal zu prüfen, ist das denn so, stehen diese Verflechtungen da wirklich nicht drin, ja, in diesen Veröffentlichungen von Public Health England und sie stehen da drin, dann kann man sowas nicht einfach behaupten. Aber naja, gut, das zeigt aber auch schon wieder das Rechercheniveau. Wieder mal. Oberflächlich, hey, ich habe einen coolen Link gefunden, das haue ich jetzt den bösen Dampfern mal vor den Latz, ja, schade, Eigentor. So, ähm, dann geht es um den Dr. Kurscheidt, einen ausgewiesenen Experten in Präventionsmedizin haben sie also ausgesucht. Tatsächlich haben sie den ausgesucht, weil der Dr. Kurscheidt einfach sehr viel mit dem Fernsehen macht und da die Kontakte da waren und nicht, weil der jetzt besonders qualifiziert war. Können sie zwar gerne behaupten, ja, aber das ist natürlich Blödsinn, sondern, äh, der ist in ganz vielen Sendungen schon aufgetreten und da hat man halt einfach jetzt jemanden genommen, der gute Kontakte zum Fernsehen hat und fertig. Im Übrigen ist die Aussage, äh, wir haben uns aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrungen und seiner Expertise als Präventionsmediziner für ihn entschieden, für das Thema jetzt E-Zigaretten und Dampfen, da kann ich auch sagen, ähm, ich hab ein Herzproblem, also hab ich mich mal für den qualifiziertesten Zahnarzt entschieden, um das Problem zu beheben. Äpfel und Birnen. Völliger Mumpitz. Ohne Herrn Kurscheidt zu nahe treten zu wollen. Der macht in seinem Bereich bestimmt tolle Arbeit, aber hierfür war er halt, das muss man einfach mal objektiv festhalten, nicht qualifiziert. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, dann erwähnen sie hier natürlich ein bisschen was von der Forschungslage, insbesondere hier die ganze Geschichte hier Campus Lübeck mit den 24 Milligramm, das hab ich an anderer Stelle auch schon zerlegt. Diese Forschungs, oder diese Studie, diese Forschungslage in diesem ganzen Beritt ist extrem unseriös, will ich jetzt hier nicht nochmal aufdröseln. Ähm, prinzipiell muss man aber sagen, dass Nikotin Blutdruck und Pulsfrequenz erhöht, ist eine Erkenntnis, die seit 100 Jahren eigentlich niemand bestreitet. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwer hinstellt und sagt, oh Gott, oh Gott, der Puls geht hoch, weil da irgendwie Nikotin zu sich genommen wurde in der E-Zigarette, dann, äh, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Schwerkraft hat's fallen lassen. Das ist Quark. Es ist einfach Quark, zumal eine Tasse Kaffee oder auch Nikotinspray über den Mund aufzunehmen hat auch denselben Effekt, das irgendwie aufs, spezifisch aufs Dampfen zu beziehen ist, von vornherein schon unseriös und zeigt doch sehr klar, woher der Wind weht da ideologisch. Dann sagen sie noch, äh, der WDR sagt, die haben ihr Experiment dann ähnlich aufgebaut, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Machen wir es doch mal genauso wie die Junk-Science-Studie. Ähm, die Teilnehmer waren selbstverständlich in ihren Meinungsäußerungen frei, sagt der WDR, da geht's dann um die Äußerungen der Teilnehmer. Ja, das ist das Problem. Nach diesem Video kam raus, dass mindestens einer derjenigen Schauspieler ist. Kann Zufall sein, sieht aber zumindest schon mal scheiße aus. Kann man nicht anders sagen. Da ist natürlich sehr viel spekuliert worden, gar nicht von mir, ich mach mir das nicht zu eigen. Ähm, aber das ist natürlich schon interessant. Und da müsste man sich natürlich fragen, wer von denen vielleicht dann noch. Und das Nächste ist, dann hatten wir die ganze Geschichte auch schon bei der Originalkritik, ähm, dass, dass das, was einer da gemacht hat, also derjenige, bei dem diese komischen Lungenmessungen nachher waren, der hat, ich zeig's nochmal, der hat also nicht gedampft, so, sondern was der gemacht hat, war, so, und das ist das, was man im Schauspielunterricht lernt, wie man rauchen fingiert, vor der Kamera oder auf der Theaterbühne. So funktioniert Schauspielrauchen, das, was der da macht. Und ausgerechnet, der hat dann auch komische Lungenergebnisse. Hm, das ist nicht derjenige, wo wir wissen, er ist Schauspieler. Ja, aber, gut. Ähm, ob das dann alles so frei in der Meinungsäußerung war, keine Ahnung, sagt der WDR, ich, ich habe da so meine Zweifel, tatsächlich. Natürlich könnten, könnten sich jetzt auch gezielt da Leute gemeldet haben, die gesagt haben, Mensch, den Dampfen wollte ich schon immer mal eins auswischen, aber, keine Ahnung, ich hatte ja in meinem Originalbeitrag auch gemutmaßt, das ist vielleicht auch einfach eine Kopfsache, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, dann relativ, uff, welche Seite sind wir denn hier? Ziemlich weit ohne auf Seite 8. Ähm, so, da geht es auch um dieses gesunkene Lungenvolumen, der hatte dann plötzlich nur noch 61% seiner Lungenkapazität. Äh, dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass Dampf einen Effekt auf die Lunge haben könnte. Nee, dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass die Messung in irgendeiner Weise beeinflusst war, denn, wenn das tatsächlich irgendjemand anders in einem anderen Kontext schon so mal so gemessen hätte, wenn das so passieren würde, dann wären diese Geräte alle verboten, auf der ganzen Welt, überall. Immer. Da gäbe es auch gar keine Diskussion mehr. Da kann man nicht eine Einzelmessung nehmen und sagen, oh, schau mal, wie gefährlich. Nein, wenn 10.000 andere Forscher das nicht messen, dann ist da irgendwas komisch. Es ist wirklich so einfach. Ja, weil ansonsten hat der Herr Kurscheidt da irgendeine Erkenntnis getroffen, die mindestens für den Medizin-Nobelpreis taugt. Mindestens. Weil das hat ja sonst keiner vorher gefunden. Ja, wie wahrscheinlich ist denn, also, ist die Messung falsch? War das eine reine Kopfsache? Äh, oder hat er da jetzt wirklich die großartigste Erkenntnis seit Beginn der E-Zigaretten-Forschung getroffen? Was ist denn da realistisch? Welche Antworten? Das kann man auch nicht mehr verteidigen, lieber WDR. Das kann man nicht mehr verteidigen. Da kann man einfach nur sagen, okay, das ist irgendwie blöd gelaufen. Da war es schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, auf Basis davon überhaupt irgendeine Interpretation zu treffen. Jetzt im Nachhinein das Ganze noch zu verteidigen, das ist schlicht albern. So, dann haben wir natürlich, äh, darf natürlich nicht fehlen, äh, Auswirkungen auf die Lunge. Zudem sind E-Zigaretten-Gifte wie Nitrosamine, Diätilien, Glykol und Formalderit bereits nachgewiesen worden. Ja, bei Studien, bei denen man per Zugautomat so lange daran gezogen hat, bis die Watte, die da drin ist, verbrannt ist. Das heißt, das, was man da gemessen hat, sind Reste von verbrannter Watte. Beim normalen E-Zigaretten-Konsum ist das nicht möglich, weil lange bevor diese Giftstoffe entstehen, ja, also lange bevor die Watte verbrennt, fängt das schon an, richtig scheiße zu schmecken. Und dann zieht da keiner mehr dran. Das ist genauso, ich kann ja sagen, ich toste meinen Toast jetzt eine halbe Stunde lang, bis das nur noch ein glühendes Stück Kohle ist und sagt, dann guck mal, das ist alles ungesund. Das sind ja alles Verbrennungsprodukte da drauf. Aber genau das haben diese Studien gemacht. Das hält sich seitdem immer noch, ich weiß, in diesen Studien wird das immer im Kreis referenziert. Das ändert aber nichts daran, dass das von vornherein totaler Blödsinn ist. Da mal Google bemühen unter dem Stichwort Kokelstudie. Er wird auch wissenschaftlich sehr, sehr stark kritisiert, solche Geschichten. Aber gut. So, dann, der Marktbeitrag orientiert sich an seriösen, aktuellen Forschungsergebnissen. Nein, tut er nicht. Der orientiert sich sehr einseitig an einer ganz spezifischen Ausrichtung von Forschung. Und da muss ich jetzt mal ein kleines bisschen Kontext herstellen, auch für den WDR. Schauen wir mal in den aktuellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung für Deutschland. Dann ist die E-Zigarette das Mittel Nummer eins und aus dem Rauchen rauszukommen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welches Marktvolumen Nikotin-Ersatzprodukte der Pharmaindustrie haben, Nikoretto, Spray, Pflaster, das ganze Zeug, Nikotinel und so, schaut man sich da mal das Marktvolumen an. Das können Sie selber recherchieren. Das kann die WDR-Marktreduktion sich ja selber mal anschauen. Dann weiß man auch, wo bestimmte Studien herkommen und warum die sich auch immer wieder im Kreuz referenzieren. Das ist natürlich besonders lustig, dass der WDR hier vorhin da diese Publikation von Public Health England angegriffen hat, während sie hier Studien zitieren, wo die Leute bis zur Nase im Geld der Pharmaunternehmen stehen, die Nikotin-Ersatzprodukte verkaufen. Also ein vitales Interesse daran haben, dass ein wirtschaftlicher Konkurrent Schaden nimmt. Soweit müsste man natürlich mal über den Tellerrand denken. Aber naja. So, dann haben wir auf Seite 10. Die Wissenschaftler stellten bei ihrer Untersuchung fest, dass Aromen in E-Zigaretten besonders gefährlich für die Lunge sein können, weil sie dort Entzündungen auslösen. Auch diese Studie habe ich an anderer Stelle schon behandelt. Auch diese Studie gehört zu diesem lustigen Dunstkreis von Wir machen uns die Welt schön und helfen der Pharmaindustrie weiter, Nicorette-Pflaster zu verkaufen. Ja, will ich an der Stelle nicht nochmal aufdröseln. Ist mir zu blöd. Die Leute, die hier länger zuschauen, wissen das schon. Ich kann dem WDR nur empfehlen, sich bei diesen ganzen Studien auch mal die akademischen Antworten anzuschauen. Es gibt mehr als genug Studienportale, also wo das veröffentlicht wird, oder Journale, also Online-Journale, wo auch andere Wissenschaftler Antworten verfassen können. Und diese Antworten sind oft sehr, sehr erhellend, was die Seriösität der Studien angeht. Das wird hier draußen gehupt. Ich habe das Fenster offen, damit es hier nicht so zudampft. Ich hoffe, es ist nicht zu laut draußen von der Straße. Aber das Gehupe habt ihr bestimmt gehört gerade. Die einzelnen Links will ich jetzt gar nicht weiter aufdröseln. Wie gesagt, die ganze Geschichte, was da auf den Lensit verwiesen ist, das verlinke ich nochmal einzeln. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in die Antwort des WDR reinschauen, die ich hier komplett verlinke. Also ich will da auch gar keinen langen, großen Streit mit dem WDR vom Zaun brechen. Das ist ja Blödsinn. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass sie mit dem Beitrag komplett in die Scheiße gegriffen haben, weil sie sich einfach viel zu wenig in die Recherche da gestürzt haben und voreilig Behauptungen getroffen haben aufgrund von einer sehr einseitigen Forschungslage. Und dass das besser geht, zeigen auch andere Publikationen im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk hat zum Beispiel mal einen hervorragenden Beitrag zum Thema E-Zigarette gemacht. Haben auch dabei die Kritik nicht außen vor gelassen. Aber es war eben ein neutrales Bild aus der Vogelperspektive. Und nicht, wie jetzt hier, die Marktredaktion selber nimmt das ja offenbar nicht so wahr, zu sagen, wir waren jetzt hier einseitig kontra E-Zigarette. Waren sie aber. Ob sie das nun einsehen wollen, ob sie das nun zugeben wollen oder nicht. Ich sag mal, der Beitrag, der spricht eigentlich für sich selbst. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es vorhin auch gesagt habe, der NDR hat denselben Beitrag, also die haben auch Markt, haben das quasi nochmal recycelt, trotz der Kritik, die da dran besteht. Ja, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche festen Vereinbarungen gibt, sonst so viele Beiträge zu übernehmen oder ob man das der Einfachheit halber macht oder ob sich der NDR überhaupt der Kritik bewusst war. Also wer möchte, kann sich da auch gerne nochmal über den NDR beschweren. Die haben es ja schließlich nochmal gesendet. Man muss auch auf die WDR-Kiste da nicht verweisen und einfach so, als wenn man sich das erste Mal beschwert. Also wer sich beschweren möchte, kann das auch beim NDR tun. Wen das drückt, der sollte das unbedingt tun. Ja, ansonsten, nächstes Thema, jetzt muss ich noch was trinken, da habe ich so viel gesammelt. Wird eine lange Folge heute. So, da möchte ich euch mal hinweisen auf novoargumente.com. Das ist eine Seite, die so zu politischen Themen, so Glossen und Artikel schreibt. Und da gibt es einen gesamten Bereich Tabakregulierung mit sehr, sehr vielen, sehr interessanten Artikeln. Da geht es natürlich auch um die E-Cigarette hin und wieder, aber auch allgemein um die Art und Weise, wie mit Tabakregulierung oder überhaupt mit Genussmittelregulierung umgegangen wird. Wer die Seite nicht kennt, schaut mal rein, lest mal den einen oder anderen Artikel. Das ist auch durchaus mal bei der einen oder anderen Argumentation hilfreich und lässt die Dinge auch mal so ein bisschen im anderen Licht erscheinen. Also ich persönlich finde das sehr bereichernd. Ich bin nicht ein Fan von allen Artikeln auf der Seite, aber im Bereich Tabakregulierung, da gibt es schon die eine oder andere Perle, die man mal lesen kann. Verlinke ich euch genau wie alles andere unterm Video. Dann haben wir einen schönen Artikel im Spektrum der Wissenschaft, wo es um neue Akkutypen geht, nämlich Fluorid als Ladungsträger und zwar potenziell würden diese Akkus die ungefähr achtfache Energie speichern können, also die achtfache Kapazität haben. Ob ich das richtig verstehe, sonst steigen wir wieder Elektriker aufs Dach. Also ich lese das so, dass sie quasi achtmal länger laufen, also achtmal mehr Kapazität haben. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, wann das Ganze mal marktreif ist, wird sich zeigen. Den Artikel könnt ihr trotzdem mal lesen, um zu sehen, hey, auch bei Akkus tut sich da durchaus noch was, wenn das mal serienreif ist. Also das Problem war bei Fluorid wohl, dass das halt nur bei bestimmten Temperaturen funktioniert hat und der Durchbruch ist jetzt, dass das auch bei Raumtemperatur funktioniert. Einfach wiedergeben. Aber lest mal den Artikel, da sind wir wieder bei über den Tellerrand schauen. Akkutechnik ist ja eigentlich immer ganz spannend. Gucken, wann das dann mal so beim Dampfer ankommt. Wer weiß, wer weiß. Das hatten wir gerade schon. Dann, lustig, lustig, lustig. Der Stanton Glantz, wem das kein Begriff ist, das ist der Anti-Tabak, Anti-E-Zigarette-Kämpfer in den USA. Das ist ein Ingenieur für, ich glaube, Raumfahrt oder so. Keine Ahnung. Ingenieur ist der auf jeden Fall. Und der hat schon diverse medizinische Artikel verfasst und an Studien, waren Studien beteiligt als Ingenieur. Das ist auch übelster Crap, was dabei rauskam. Richtig, richtig übel. Und der hat gesagt auf Twitter, Using E6 increase exposure to toxic chemicals for most users, they would be better of just smoking. Also er hat gesagt, wer E-Zigarette dampft, der ist viel mehr toxischen Chemikalien ausgesetzt und sollte besser nur rauchen. Was natürlich eine lustige Aussage ist für jemanden, der ja Anti-Tabak eigentlich ist. Und das Ganze bezog sich auf eine Studie bei den Amis, die halt gesagt hat, wer raucht und dampft, der nimmt halt am meisten Schadstoffe auf. Da drunter kommen Raucher und dann gar ein zweiter drunter kommen E-Zigaretten-Nutzer und Nicht-Raucher. Und diese Aussage ist natürlich trotzdem ein übelstes Fettnäpfchen gewesen, weil da sind ihm natürlich seine eigenen Leute reingegräbt so nach dem Motto, hey, du kannst doch nicht sagen, die Leute sollen rauchen. Sehr lustig, gab es ziemliche Wirren bei den Amis, da ist sehr scharf diskutiert worden. Auf jeden Fall hat er sich mal ordentlich zum Deppen gemacht mit der Aussage. Kann man nicht anders sagen. So, dann habe ich einen sehr schönen Artikel bei CEI.org, dem Competitive Enterprise Institute, wo es, also der ist benannt für Profiteers, wo es darum geht, wer profitiert eigentlich von dieser ganzen Geschichte, gegen die E-Zigarette zu schießen, wer profitiert von irgendwelchen Regulierungen, wer profitiert von Tabakregulierungen. Das ist sehr lang und man muss auch schon ein bisschen besser Englisch können, um das zu verstehen, aber es ist wirklich, wirklich super interessant, wo unter anderem zum Beispiel auch aufgegriffen wird, wer profitiert denn tatsächlich, was ist denn mit den, mit den Anti-Rauch-Organisationen, ich greife jetzt mal so ein einzelnes Ding mal einzeln raus, was ist denn mit diesen Anti-Rauch-Organisationen, die Raucherraten sinken und sinken und sinken und entsprechend sinken natürlich auch die Einnahmen von diesen Organisationen. Es kommen weniger Leute zu den Kursen, es gibt weniger Spenden und und und. Die müssen sich ja irgendwie am Leben halten, also brauchen sie ein neues Feindbild. Mal ganz einfach gesagt, also wie gesagt, schaut euch den Artikel mal an, wer entsprechend etwas besseres Englisch, also ein bisschen überdurchschnittlich spricht, sollte sich das mal geben, ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Dann ein schöner kleiner Beitrag von einem meiner Lieblings-Facebook-Seiten, nämlich der Goldene Aluhut, die immer so möglichst absurde Esoterik-Sachen aufgreifen. Da hat, also die haben also einen Beitrag repostet, wo jemand geschrieben hat, Chemtrails vergiften den Himmel, aber mit Zigaretten kann man sich schützen. Rauchen ist in Wahrheit gar nicht gesundheitsschädlich, das Nikotin würde einen Schutzfilm über der Lunge bilden, die sie unter anderem vor den Mittels Chemtrails ausgebrachten Giftstoffen schützt. Dass Regierungen überall auf der Welt Rauchverbote erlassen und sich bemühen, möglichst viele Menschen zu Nichtrauchern zu machen, sei nur eine weitere Folge der großen globalen Verschwörung. Erst wenn wirklich alle das Rauchen aufgegeben haben, könnten die Chemtrails ihre volle Wirkung entfalten. Auch so eine Menschen gibt's. Dann gibt's einen schönen Artikel von Heilpraxisnet.de Jetzt sagt ihr, Moment mal, ist das nicht dasselbe wie Zentrum der Gesundheit? Nee, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Allerdings beim Thema E-Zigaretten hat sich Heilpraxisnet.de schon immer etwas vernünftiger gezeigt in Richtung Harm Reduction. Und so geht auch dieser Artikel jetzt. Jede Zigarette vergiftet unseren Körper. E-Zigaretten können allerdings förderlich bei der Entwöhnung sein, auch in die Richtung Harm Reduction. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Denkansatz. Dann gibt es eine neue Studie von der Queen Mary University of London, die nahelegt, dass höhere Nikotindosen besser dabei helfen können, vom Rauchen wegzukommen. Das ist also auch ganz interessant. Und zwar ist der Autor Dunja Pachuli. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Und ich sag mal, was gibt's da kurz zu erklären? Die sagen halt, mit höheren Nikotindosen ist die Erfolgschance höher, vom Rauchen wegzukommen. Leider auch nur in Englisch. Trotzdem könnt ihr ja mal reinschauen. Sehr, sehr interessant. Gerade in Bezug auf die Diskussion, die wir da aktuell haben, sind dann die 20 Milligramm wirklich niedrig genug? Ja, da gibt's ja Leute, die meinen, man könnte das noch mal runtersetzen. Auch die Diskussion bei den Amis, wo man sagt, ah, diese hohen Nikotindosen bei Juul und so. Sollte man also auch sowas im Auge behalten, höhere Nikotindoses erhöht bei vielen Menschen, natürlich nicht bei allen, bei vielen Menschen die Chance, dass sie erfolgreich von der Tabakzigarette wegkommen. Dann haben wir noch was zum Thema Jugendschutz. Da hab ich mich ein bisschen über Wismack geärgert. Wismack hat einen Werbespot gebracht. Glücklicherweise nicht mit so großer Reichweite, wo ich mir sage, das ist auch schon wieder so ein Jugendschutzeigentor. Da geht's um die Active, dieses Ding mit dem Lautsprecher drin. Und im Video sieht man dann halt Schauspieler, die aussehen wie 15. Und die Skateboard fahren. Und hippe Musik hören. Und wo ich mir sage, muss denn das sein? Muss denn, muss das sein? Muss man denn Marketing für Teens machen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob die sich so bewusst sind. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also einerseits hab ich mich ja bei Wupo jetzt aufgeregt. Warum machen die so gezieltes Marketing auf so einem Teamkanal? Jetzt macht Wismack quasi das zwar weniger plump. Also die haben das jetzt nicht auf einem Weg gemacht, wo es halt wirklich nur Jugendliche reicht. Die haben es einfach so offen gemacht. Finde ich aber trotzdem scheiße. Ohne zu sagen, boah, Boykott Wismack, Schwachsinn. Ich hab ja selber Wismack-Zeug und würde auch immer noch Wismack kaufen. Aber ich bin der Meinung, da das jetzt schon das zweite Mal in so kurzer Zeit ist, dass vielleicht auch die Großhändler hier da mal auf die Hersteller so ein bisschen einwirken könnten. Kommunikativ. Man hat ja die Kontakte und sagt, Leute, ihr tut uns da keinen Gefallen und ihr tut euch selber keinen Gefallen. Denn solche Dinge, so eine Art Kommunikation oder so eine Werbung, die so an junge Altersgruppen geht, die sorgt nur dafür, dass hier Regulierungsbedürfnisse erhöht werden. Dass man hier wieder verbieten will, regulieren will und so. Das muss doch nicht sein. Das stört hier in den westlichen Ländern die politischen Debatten erheblich, solche Dinge. Und das fällt uns hier auf die Füße. Und die Chinesen sagen halt, hauptsache Werbung gemacht. Ja, so einfach ist das aber nicht. Also ich hab da große Schmerzen mit diesem Werbespot. wie gesagt, so Marketing, ich weiß, jetzt sagen wieder viele so, ja, lass doch die 16, 17-Jährigen dampfen. Ja, sicherlich. Darum geht's gar nicht. Ich muss gönnen, dass keinem 16-Jährigen seine E-Zigarette. Aber Fakt ist, dass es nun mal Politiker gibt, die sowas zum Anlass nehmen und sagen, wir müssen da härter regulieren. Und das trifft dann nicht die 16, 17-Jährigen, sondern uns. Da muss man halt auch mal einen Schritt weiter denken. Ja, das hat mich auch schon bei der Diskussion mit Wupo so ein bisschen gestört, dass einige da so, ja, und das macht doch gar nichts. so, doch, macht es schon. Weil sowas erhöht alles den Druck auf bestimmte Bereiche der Politik, da mehr zu tun. Und irgendwann tun sie dann was wieder so halb Unausgegorenes und da kommt wieder nur Scheiße bei raus und ich hab da immer so ein bisschen Sorgen. Vielleicht bin ich da zu pessimistisch, aber ich seh sowas sehr, sehr kritisch. So. Dann gibt's noch eine schöne Studie. Harm Perceptions of E-Cigarettes and other Nicotine Products in UK. Also man hat sich in United Kingdom mal angeschaut, wie ist denn so die Wahrnehmung von Zigaretten, E-Zigaretten, wie viele Leute denken denn zum Beispiel, dass eine E-Zigarette genauso schädlich ist wie Tabak. Das sind sehr deprimierende Ergebnisse. Dürfte hier noch schlimmer sein, denn in UK ist ja ganz klar öffentliche Kommunikation, E-Zigarette ist besser als Rauchen und trotzdem gibt es noch so viele Leute, die denken, das wäre, was ich wie schädlich, die Zahlen für Deutschland würde ich da gar nicht wissen wollen. Wahrscheinlich fange ich dann an, mich zu ritzen oder sowas. Ja. Dann habe ich noch einen schönen Artikel bei BBC News. Da geht's um E-Zigaretten im schottischen Justizvollzug. Ja, also E-Zigaretten für den Knast, da hatte ich ja schon mal zugerichtet. Und man gibt da jetzt, was stehe ich hier, 150.000 englische Pfund für aus, so spezielle E-Zigaretten für den Knast. Dann gibt es ein lustiges kleines Video, wie jemand mit Lego eine E-Zigarette baut, nicht zur Nachahmung empfohlen, schon gar nicht, wenn man keine Ahnung hat, was man da tut. Ansonsten ist es mal ganz witzig, ich denke auch nicht, dass der das Ding im Dauergebrauch hat, sondern nur mal zeigen wollte, hey, guck mal, ich baue hier aus Lego so den Rahmen. Ich meine, klar, die Drähte hat er dann eh verlötet, aber trotzdem ist das halt auch mal eine putzige Idee gewesen. Dann haben wir noch was zum Thema Abmahnung im Dampferbereich und zwar ist mir kürzlich zu Ohren gekommen, dass es einen Händler gibt, ich nenne mal keine Namen, mir geht es ja nur um das generelle Thema, andere angesprochen hat und gesagt hat, pass auf, du machst da ganz schön geringe Preise, das gefällt mir nicht, du unterbietest mich und wenn du das nicht lässt, dann mahne ich dich wegen irgendwas ab. Ich finde schon irgendwas. Schwierig. Da haben mich dann zwei Leute kontaktiert, du sag mal, kann der mich wegen der Preise überhaupt unter Druck setzen? Also erstmal, wir haben keine Preisbindung, die Händler sind in den Preisen frei und wenn der der Meinung ist, er hat irgendwas für 10 Euro gekauft und er verkauft es für 5, also mit Verlust, kann er das machen. Ist dann scheiße für andere Händler, aber natürlich muss jeder Händler die Möglichkeit haben, da irgendwie Lockangebote zu machen, also zu sagen, ich mache jetzt hier mal 20% auf dies und das, auch wenn ich da dann nichts mit verdiene, ziehe ich damit Leute in den Laden. Das macht jeder Aldi, das macht jeder Klamottenladen, das ist völlig normal, also Lockangebot klingt jetzt so negativ, ihr wisst, was ich meine, so ein Angebot, was die Leute in den Laden bringt. Kann man machen. Kann andere Händler stören, natürlich kann die das stören, aber es hat natürlich keiner ein direktes Druckmittel, um zu sagen, nee, du musst jetzt deine Preise anders gestalten. Das ist Quark, das ist Quatsch. Das kann natürlich die Konsequenz haben, dass andere Händler dann sagen, okay, dir verkaufe ich nichts mehr, weil du schadest mir mit deiner Preispolitik, das ist ja dann auch deren Freiheit zu sagen, mit dir will ich aber kein Geschäft machen. Was jetzt diese Abmahnung angeht und da muss ich jetzt mal was generelles zu sagen, ich schaue mir ja, seit ich mich mit dem Thema befasse, ganz viele Shops an und ganz viele Internetseiten und so und ich muss sagen, ich wüsste quasi niemanden, wirklich absolut niemanden, den man wegen gar nichts abmahnen könnte. Es gibt immer irgendwas und bei den kleinen und mittelgroßen gibt es sogar ganz viel. Fängt an bei fehlender Link zur Streitbeilegung, Sachen, die im Impressum falsch sind. Da wird zum Jugendschutz wird teilweise noch falsch. Es gibt immer noch Leute, die der Meinung sind, die einfache Alterskontrolle bei der Paketübergabe durch den Paketdienstleister würde ausreichen, tut sie nicht. Also bei Jugendschutz sind viele nicht innerhalb der Regelung. Also es gibt immer irgendwas, weswegen man abgemahnt werden kann und deswegen ist es natürlich günstiger, wenn man sich da einigt, ohne sich gegenseitig abzumahnen. Denn, wie gesagt, der Punkt ist, keiner ist da so ganz ohne Angriffsfläche. Aber das dann zu nutzen, um da bestimmte Preise bei der Konkurrenz zu erzwingen, gibt nichts, was es nicht gibt. Dann habe ich hier eine sehr schöne Auflistung auf e-Cigarette Direct CO UK. Die 20 Top-E-Cigaretten-Studien, um die Zweifler zum Schwein zu bringen. Hier, to silence the doubt. Das ist alles Englisch natürlich, aber trotzdem, wer mal so eine schöne Übersicht braucht, weil da von irgendeinem Möchtegern-Glücksscheiße andiskutiert wird, auf den Link verweisen. Hier hast du 20 Studien, die kannst du lesen und dann können wir uns nochmal über das Thema Giftigkeit und Schadenspotenzial und so unterhalten. Könnt ihr mal reinschauen. Ich persönlich finde es auf jeden Fall ganz nützlich. Es ist auch alles kurz nochmal beschrieben. Es ist nicht einfach nur eine Liste, sondern entsprechend auch aufgearbeitet, was, wie, wo. Und es ist sicherlich ein schöner erster Anlaufpunkt, wenn man sich mal anschauen will, wie die Forschungslage abseits der Panikmache und abseits der Pharmafinanzierung aussieht. So, dann... gab es ein bisschen Aufregung um so Liquidproben in Australien, wo man unter anderem Kot und Nikotinreste, Nikotinfreien Liquids gefunden hat, also Fäkalienreste. Und jetzt klang das natürlich alles erstmal dramatisch. Im ersten Moment habe ich gesagt, hey, sind alles Liquids aus China und wer weiß, da laufen wahrscheinlich die Hühner quer über die Abfüllung. Aber das waren halt auch Liquids aus den USA teilweise. Und die Dosen oder die Anteile von Fäkalien da drin und die Anteile an Nikotin, denn da reden wir nicht von zwei, drei Milligramm, sondern von so zehn, zwanzig teilweise, sind so hoch, dass, also der Bernd Mayer schon spekuliert hatte, dass das vielleicht einfach eine Verunreinigung bei der Messung war. Also, dass da nicht sauber gearbeitet wurde bei dem Prüflabor. Das muss man sich dann jetzt mal anschauen. Apropos Prüflabor. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich das Richtige hier aufmache. Wo ist denn? Da ist mein E-Mail-Programm. Ich habe hier zu viel Fenster auf dem Katastrophe. Das sind so viele Themen. Wir sind ja noch lange nicht durch, ne? So. Da ist es. Und zwar gab es eine Überprüfung eines Liquids und zwar das Lündenapfelstrudel ist überprüft worden. Von wem sage ich gleich. Das wird dann wieder richtig spannend. Und zwar hat man da Kumarin gefunden. Kumarin ist in der Anlage 2 der Tabakerzeugnisverordnung. In der Anlage 2 sind die verbotenen Stoffe. Rüßelange Liste mit Stoffen. Die dürfen nicht in Liquids sein. Und ja, Kumarin ist einer dieser Stoffe und den hat man jetzt angeblich gefunden. Und das Problem ist, jetzt hat sich natürlich der Hersteller Happy Liquid die Rückstellprobe angeschaut. Auch Linden hat das nochmal ins Labor gegeben. Also man hat das unabhängig dann nochmal sich angeschaut und hat das nicht finden können. Und der Zulieferer der Rohstoffe sagt auch, hä, nee, da ist kein Kumarin drin. Warum denn? Das gibt ja bloß Ärger. Hm. Schwierig. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen merkwürdig, so lange, bis man weiß, wer diese Prüfung gemacht hat. Erinnert sich denn noch jemand an das CVUA-OWL in Detmold? Die Hackfleischprüfer. Hm? Dämmerts jetzt? Ego-IOC? Das waren die Leute, die damals gesagt haben, so, oh ne Ego-IOC, die kann man ja so aufmachen, die ist nicht kindersicher. Und da irgendwelche komischen Zinkwerte und was gemessen haben, also die schon damals super schlampig gearbeitet haben. Offenbar. Nicht wegen der Kindersicherheitskiste, aber wegen dieser Bestandteil. Also die haben damals quasi den Pin unten gemessen, dessen Zusammensetzung und haben dann gesagt, da ist so und so viel Zink in der gesamten E-Zigarette, wo jeder gesagt hat, hä? Total Blödsinn von der Zusammensetzung, absoluter Quatsch. Aber da sieht man mal, dass die keine Ahnung haben, was sie da messen. Und die haben jetzt angeblich Kumarin gemessen. Und wie kommt das jetzt? Wie kann jemand Kumarin messen und der andere nicht beim selben Liquid? Das ist mir folgendermaßen erklärt worden. Man schaut sich sowas, das sieht quasi aus wie so eine Soundwellenlinie. Das ist so ein Ausschlag, ja, vom Chromatografen. Und nehmen wir mal an, man hat den Stoff A, der macht einen kleinen Haken und dann hat man Stoff B, der macht einen großen Haken. Das kann dann aber zusammen aussehen wie der Ausschlag von Stoff C. Und so kamen die offenbar zu der Erkenntnis, da ist Kumarin drin. Das ist aber wohl nicht so. Ja, auf jeden Fall sehr lustig, dass dieses Labor mir nochmal unterkommt, denn wie gesagt, ich habe damals schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wo ich diese Analyse von der Ego-IOC gesehen habe und ich bin schon nur kein Ingenieur und ich bin niemand, der mit Materialtechnik zu tun hat, aber schon mir ist das damals ins Gesicht gesprungen, dass die da auf keinen Fall sauber gearbeitet haben können, weil das völlig absurd ist, auf was für Materialzusammensetzungen die da bei einer Keu gekommen sind. Völliger Quatsch. Und jetzt scheint das halt wieder ähnlich zu sein. Das scheint wohl so zu sein, dass man da wieder nicht so sauber gearbeitet hat oder das sehr oberflächlich interpretiert hat. Man ist natürlich jetzt dabei, das nochmal in ein wirklich externes, unabhängiges Labor zu geben. Nicht nur selber, sondern nochmal extern. Da wird jetzt ein Gutachten erstellt und wenn die dann sagen, da ist kein Kumarin drin, was dann wohl auch der Fall ist. Naja, es hätte mich auch sehr gewundert, denn tatsächlich ohne jetzt irgendwen anders schlechtreden zu wollen, also ich weiß, bei Happy ist man da sehr sorgfältig. Wir haben da ja einen Arzt und einen Apotheker sind sie glaube ich oder einen Arzt und Chemiker, die beiden Chefs. Ja, ich habe jetzt hin und wieder schon mal mit dem Tom gesprochen, der Arzt und die sind da super penibel bei solchen Sachen und dass es ausgerechnet bei denen jetzt einer der verbotenen Stoffe drin ist, das hätte ich mir schon gar nicht vorstellen können und die haben wie gesagt selber nochmal die Rückstellprobe. Also wer das nicht kennt, Rückstellproben, wenn man was abfüllt, dann füllt man für sich selber quasi nochmal eine Probe ab für jede Charge, damit man, wenn irgendwas ist, nochmal gucken kann, ist da irgendwas mit. Das wird also quasi nur im Schrank weggeschlossen und da haben die geguckt und da ist nichts drin und wie gesagt, bei denen hätte es mich jetzt auch eh gewundert. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch das externe Labor, was jetzt das Gutachten erstellt, dazu keinem anderen Ergebnis kommt, aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden in jedem Fall sehr lustig, die Rache der Hackfleischprüfer. Dum, dum, dum. Jetzt habe ich gar nicht erklärt, was der Hackfleischprüfer, also für die, die es damals nicht mitgekriegt haben, ich habe deswegen, das ist deswegen witzig, eigentlich soll man ja Witze nicht erklären. Das ist deswegen witzig, weil dieses Labor normalerweise guckt, ist Fleisch vergammelt und so eine Sache. Ja, das ist so ein halb öffentliches Ding, die halt ganz viel so Lebensmittelkontrolle machen und ja, wenn die dann vor einer E-Zigarette sitzen, ist das halt nicht gerade ihr Kerngeschäft. Deswegen, wie gesagt, der Witz wird nicht besser, wenn man ihn erklärt. Die, die es damals gesehen haben, die haben ja eh schon gelacht. Gut. Dann haben wir einen schönen Artikel in der New York Times zur Juul, wo es darum geht, wie haben die früher ihr Marketing kommuniziert und wie heute? Denn heute sagt man ja, naja, wir sind ein reines Umstiegsprodukt und es geht gar nicht darum, irgendwie Lifestyle zu sein, sondern wir wollen die Leute vom Rauchen wegkriegen. Diese Kommunikation war aber nicht immer so bei der Juul, sondern früher war das ganz klar, die Linie, ja, das muss ein Lifestyle-Produkt sein. Das sollte man denen auch gar nicht vorwerfen. Denn tatsächlich will man ja nicht so sexy wie ein Nikotinpflaster sein, sondern man will so sexy wie eine Zigarette sein. Und da ist natürlich so ein bisschen Marketing als Lifestyle-Produkt gar nicht so schlecht. Das heißt, dass man ein bisschen guckt, wie ist die Optik, wie ist die Haptik, ja, dass man das auch als attraktives, als attraktiven Ersatz fürs Rauchen verkauft. Auf jeden Fall eine sehr interessante Darstellung des Ganzen zum Thema Juul. Dann gibt es einen super, super schönen Bericht von HealthTV, bei HealthTV.de, wo der Heino Stöber interviewt wurde, beziehungsweise war dort im Studio und hat länger über das Thema E-Zigarette gesprochen. Wer den nicht kennt, der Heino Stöber ist ein Suchtforscher an der Frankfurt School of Applied Science. Ich hoffe, ihr habt es jetzt absolut richtig gesagt. Und zwar hat der, muss ich mal zur Seite greifen, dieses Buch geschrieben hier. Die E-Zigarette, Geschichte, Gebrauch, Kontroversen, da steht es, Heino Stöber, ist bei mir auch schon ein bisschen abgegriffen. Hier sind sehr, sehr viel Studienlage drin, auch sehr viel zum Thema Sucht. Und er ist ja Suchtforscher und wenn der über die E-Zigarette redet, klingt das völlig anders, als das bei uns in der Politik ist oder viel aus dem Pharma-Bereich oder aus Ärztevereinigungen oder so. Wenn der Herr Stöber zum Thema redet, sollte man sich das immer anschauen, grundsätzlich. Genau wie der Jaspinsek, der hat auch an dem Buch mitgeschrieben, der jetzt zum Beispiel auf der Messe München demnächst ist. Wie gesagt, der Heino Stöber immer anschauenswert und deswegen schaut euch dieses HealthTV.de-Video unbedingt mal an. Wie auch alles andere, wie immer, unter dem Video verlinkt. Werden diesmal ganz schön viele Links. So, dann hat RP Online unter anderem in Berufung auf die FAZ getitelt, die Marlene Mortler, die Bundesdrogenbeauftragte, würde gerne die Nikotinobergrenze prüfen. Allerdings ist das so eine Sache, dieses Jul-Thema, das kocht immer so in so zwei Wochenrhythmen, aktuell hoch und runter und diese Äußerung von ihr, die war quasi bei der ersten Welle der Jul-Berichterstattung und jetzt vor ein paar Tagen hat die FAZ quasi so getan, als hätte sie das aktuell nochmal gesagt. Das ist aber nicht so. Die haben also gar nicht mit ihr direkt gesprochen, sondern sie hat das halt an anderer Stelle mal gesagt. Das ist übrigens auch nicht sehr realistisch, dass die 20 Milligramm nochmal gesenkt werden. Die Tendenz geht eher in die andere Richtung, auch in den politischen Gesprächen. Sind wir mit den 20 Milligramm international sowieso schon recht niedrig? Also da bitte keine Sorgen haben. Es gibt keine ernsthaften politischen Bestrebungen und was Frau Mordler sagt, interessiert auch in der Bundesregierung nur sehr, sehr wenige Menschen, da unter die 20 Milligramm runterzugehen. Ist nicht realistisch aktuell, also da könnt ihr ganz tief und ruhig atmen, alles gut. So, dann hat sich ja vor dem Faschmord gewarnt. Das war ja jetzt kürzlich erst. Und da haben viele Leute geschrieben, was ist denn mit dem Luxotic BF? Also Luxotic Bottomfeeder. Der würde auch von alleine feuern und so. Das habe ich mir mal angeschaut. Das hatten aber mehrere Leute kommentiert, deswegen greife ich sie nochmal auf. Allerdings ist das nicht dasselbe wie beim Faschmord. Beim Faschmord ist es in einer Charge ein direktes Hardware-Hersteller-Problem. Bei dem Luxotic BF, da habe ich mir jetzt mal so ein bisschen durch die Foren und durch englischsprachiges YouTube gewühlt. Da ist es so, dass das unten nicht dicht ist. Also das Bottomfeeder-System ist nicht dicht. Da kann dann entsprechend Liquid in die Elektronik laufen und das kann dann dazu führen, dass das Ding tatsächlich irgendwo kurzschlussartig da von alleine losfeuert. Ist aber nicht so, dass das direkt ein Hersteller-Problem ist von vornherein, sondern da muss natürlich erst Liquid reinlaufen. Trotz allem, auch da seid ein bisschen sorgfältig. Schaut, ob da Liquid unten durchläuft, ob das alles dicht ist bei diesem Bottomfeeling-Anschluss. Und ja, ich schaue mal, ich habe jetzt kein Video direkt griffbereit, aber ich schaue mal, ob ich vielleicht noch was verlinke dazu. Also in jedem Fall, ich habe das wahrgenommen, dass ihr das geschrieben habt in den Kommentaren, guckt mal wegen der Luxottic BF, da ist es aber ein etwas anderes Problem. Prinzipiell ist es natürlich so, es ist nie falsch, mehr Sorgfalt mit den Akkus zu haben. Da haben wir natürlich wieder gesagt, das ist jetzt wieder nur Panikmache, aber mal ganz ehrlich, ich finde, das, was ich zum Faschmod jetzt gesagt habe, ist so ziemlich das Gegenteil von Panikmache, denn der Rad, lass da keine Akkus drin, unbeaufsichtigt, ist ja nun relativ harmlos, ganz kleiner Level und ich sage mal, lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu wenig, denn, jetzt darf man auch nicht immer, ich will niemandem zu nahe treten, aber wer jetzt sagt, öh, es ist wieder nur Panikmache, das sind auch die Ersten, denen das dann in der Tasche hochgeht. Von daher, ähm, sollte man das vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Ja, ich sage ja nicht, geratet in Panik, sondern nur, seid euch immer dessen bewusst, das kann da Probleme geben und natürlich gilt das zwar für alles, aber warnen muss man ja primär bei Geräten, wo schon bekannt ist, da gibt es einen technischen Defekt, da haben wir jetzt beim Faschmod, da ist ein bekanntes Problem, wir hatten es bei der, bei der Wismax Exoskeleton damals, wir hatten es jetzt bei der Luxotic BF, ja, ist ja ein richtiger Hinweis gewesen, ähm, dass man zumindest bei den Geräten dann nochmal ganz besonders hinschaut, ohne ständig in Sorge zu leben, aber zumindest da, wo schon Probleme bekannt sind, da sollte man dann schon ein kleines bisschen sorgfältiger sein, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig, denke ich. Dann gab es bei Nebelkrieg EU einen Artikel, äh, Szenenreport, Messen und andere Katastrophen, beziehungsweise der hat, äh, etwas aufgegriffen, was ich auch schon auf Facebook, gelesen hatte, und zwar hat die Alexandra Matschuk von Vapedat, das bietet so Dampfklamotte an, ja, so Vapemerge, Vapestuff, Vapeclows, wie nennt man sowas, wie nennt man sowas, Dampferklamotten, ja, ich meine das gar nicht abwertend, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das übertiteln soll, ähm, die hat sich da sehr aufgeregt, nach der Messe Trier war das, glaube ich, und das werden nur noch Trödeln messen, und für sie wäre das schwierig, wegen Konkurrenz, und das ist nur noch so, Endkundenverkauf, und Preisdruck und so, und wir haben es ja beim Dampfsportdojo am Montag auch schon besprochen, übrigens, wer das nicht kennt, auf twitch.tv slash Dampfsportdojo, jeden Montag 20.15, äh, eine Live-Sendung, ich, Martin, Doomsplasher und das TeamShot, wo wir auch viele Themen immer erörtern, ähm, da haben wir es auch schon mal angesprochen, und da fehlte mir jetzt persönlich ein kleines bisschen das Verständnis, einerseits verstehe ich natürlich, dass er sich da ärgert, es ist nicht gut gelaufen, klar, keine Frage, andererseits müsste man sich aber auch mal die Frage stellen, wenn Händler merken, das funktioniert nicht auf der Messe, warum fahren sie denn auf jede Messe? Also ich meine, denen hält ja auch keiner eine Waffe am Kopf und sagt, geh da hin, sonst erschieße ich dich. Ähm, von daher ist das schon, Klagen aus einer Position raus, die ich schwer nachvollziehbar finde. Kein persönlicher Angriff, ich finde das nur schwierig zu sagen, das ist aber blöd, wie die Messen laufen, und dann geht man trotzdem hin. Da muss man natürlich irgendwann den Strich ziehen und sagen, dann gehe ich eben nicht hin. Und wenn dann irgendwelche kleinen Messen nicht mehr genug Aussteller haben, dann ist das Erfordernis für die Messe auch nicht da. So die Dinge pendeln sich aber auch nur ein, wenn die Händler da konsequent sind. Das meine ich damit. Ja, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich eben nicht hin. Dann mache ich das eben nicht. Man muss nicht zu allen messen, das kann man auch gar nicht mehr. Ja, also wer jetzt hier ein bisschen, ein bisschen so mittelgroßer Hersteller ist, nehmen wir mal jetzt hier aus Lautern das beste Beispiel, Dash Liquids, die Esther, die kann nicht auf alle 15, 16, 17, was ich will, messen wir jetzt im Jahr hier haben. Das funktioniert gar nicht, die hat ja noch einen normalen Laden zu leiten, die muss sich um die Liquidproduktion kümmern, um Marketing, das geht alles gar nicht. Und da muss man halt einfach auch mal stark sein und sagen, dann gehe ich eben nicht auf die Messe. Und so sehr ich dann verstehe den Ärger, wenn es jetzt halt mal scheiße lief auf einer Messe, klar. Ich finde, da sind die Händler auch nicht konsequent, denn dieses, dieser Artikel jetzt von Alexandra, das ist ja auch nur das, was viele schon häufiger mal in kleinerem Rahmen irgendwo geäußert haben als Händler. Die dann aber wieder auf den nächsten drei kleinen Messen auch wieder aufgelaufen sind und dann jedes Mal sich wieder aufregen und sich beschweren. Und da weiß ich nicht, ich finde das so ein bisschen schizophren. Ja? Und nicht von ihr jetzt speziell, sondern von allen, sodass die immer sagen, oh, das ist so scheiße und dann aber wieder nächste Messe, yay, und dann ist wieder, oh, das ist so scheiße und dann wieder yay. Das ist so bipolar. Ja? So völlig happy, happy und Depression, happy, happy und Depression. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, da finde ich, sollten die Händler einfach mal ein bisschen konsequenter sein und dann pendelt sich, glaube ich, auch die Anzahl der Messen insgesamt ein. Ich glaube schon. Dann gibt es ein neues Projekt. Ihr erinnert euch an A Billion Lives. Der Aaron Biberth heißt der, glaube ich, der gute. Ja, genau. Der hat ein neues Projekt You Don't Know Nicotine. Der sammelt also quasi gerade Geld. Da verlinke ich euch mal entsprechend die Kampagne. Ihr könnt aber auch einfach auf a billionlives.com gucken. Da ist das natürlich auch verlinkt. Ansonsten, hier gibt es halt direkt den Kickstarter-Link und einen YouTube-Trailer zu dem ganzen Thema, weil der hat natürlich bei seiner Recherche zu A Billion Lives auch viel zu dieser Nikotin-Verwirrung mitbekommen. Da wird ja sehr unterschiedlich kommuniziert und da hat er gedacht, er macht einen einzelnen Film zu. Auf jeden Fall eine geile Sache. Wer da Bock hat, das zu unterstützen, sollte das unbedingt tun. Ich tue es auf jeden Fall. Dann ein schönes Posting von Kevin Irott in der E-Wolke, in der Facebook-Gruppe E-Wolke. Zitat vom BfR, dennoch sieht Frank Henkler Stefani vom Bundesinstitut für Risikobewertung, bei dem sich in Europa auf dem Markt befindlichen Produkt gefahren. Es gibt drei Produktmerkmale, die uns Sorgen machen. Ba, 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 ba. Zudem schöpfe Juhl den zulässigen EU-Wert von 20 Milligramm pro Milliliter annähernd aus. Und das ist natürlich dann direkt, da sieht man mal, auf was für einem intellektuellen Niveau da manche Leute schweben. Der Grenzwert ist der Grenzwert. Es gibt kein fast erfüllt oder nah dran erfüllt oder so ein bisschen erfüllt. Nein, das ist eine Linie. Erfüllt, nicht erfüllt. Ja, nein, das ist wie mit schwanger oder tot. Man ist nicht ein bisschen tot oder ein bisschen schwanger und man erfüllt nicht nur ein bisschen einen Grenzwert. Das ist innerhalb der Grenzwerte der Legalen fertig. Was das für eine merkwürdige Quark-Argumentation sein soll, zu sagen, naja, es ist ja fast an dem Grenzwert dran. Hä? Der Freundin ins Gesicht gespritzt und gesagt, jetzt warst du aber fast schwanger oder was? Ein Schwachsinn. Was machen die Leute für ein Unsinnreden, wenn der Tag lang ist? Und der dann beim BFR in wichtiger Position. Ach, du gute Güte. Dann haben wir noch einen schönen Artikel über clivebates.com The Great American Youth Vaping Epidemic Really. Der mal diese ganze Geschichte aufgreift. Diese angebliche Dampfepidemie, ich habe es ja auch schon aufgegriffen im Rahmen der Berichterstattung zu Juul, diese angebliche Epidemie, also diese riesen Steigerungsraten bei Jugendlichen und Dampfen, die gibt es ja gar nicht. Und der dröselt das hier nochmal ein bisschen ausführlicher auf. Mal ganz kurz dargestellt an dieser Stelle nochmal. die FDA in Amerika sagt, es gibt eine Epidemie, dampfen unter Jugendlichen. Und die beziehen sich da auf Befragungszahlen, wo in den Befragungen nicht gefragt wurde, wie ist die tägliche Nutzung. Also man hat gefragt für Tabak, für E-Zigaretten und, 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 und. Man hat überall gefragt, wie ist denn die Nutzung im Jahr, wie ist die letzten 30 Tage die Nutzung gewesen und wie ist die tägliche Nutzung. Bei E-Zigaretten hat man nach der täglichen Nutzung gar nicht gefragt, sondern die beziehen sich da nur auf die Zahlen, hast du in den letzten 30 Tagen mal an einer E-Zigarette gezogen? Und jeder, der da Ja gesagt hat, also auch wenn der von seinem Kumpel einmal gezogen hat, dieser I mag ich nicht, hat er ja trotzdem einmal gezogen, das wären jetzt alles Nutzer. Und da kommen diese exorbitant hohen Zahlen her. So, ja, alles Schwachsinn. Alles, alles totaler Schwachsinn. Im Übrigen, um das gleich mal dazu zu sagen, die FDA hat aktuell nochmal nachgelegt und hat gedroht und hat gesagt, wenn die das jetzt nicht in den Griff kriegen 2019, dann müsste man auch mal über Verbote nachdenken. Da geht es dann speziell um diese Pod-Systeme, Hersteller wie unter anderem auch Juul. Und dann haben wir noch bei Slate, kommt beim Slate-Magazin, das ist so eine politische Blog-Seite in Amerika. We are completely overacting to vaping, wo mal so schön dargestellt ist, warum die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, was für Regulierungen da gefordert werden, warum das eigentlich komplett an der Sache vorbeigeht, auch super, super interessant. Leider auch da nicht ganz mit Schwulenglisch so einfach, aber ja, wer jetzt ein bisschen Englisch kann oder wer es versuchen möchte, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich sehr. Und zum guter Letzt, jetzt sind wir beim letzten Thema, endlich, weil, mein, ich bin schon endlich denn. ich habe es ja an anderer Stelle auch schon gesagt, das ist natürlich auch viel immer aus Richtung der Pharmaindustrie, was da passiert, teilweise, oder auch so Drängen von so Pharma-Initiativen und Ärzteverbänden, die von Pharma-Geldern leben, die böse, böse E-Zigarette. Und jetzt hat die FDA natürlich nochmal so die Kirsche auf Sahnehäubchen gesetzt, während sie also sagen, es gibt eine Epidemie von dampfenden Jugendlichen, empfiehlt die FDA gleichzeitig Medikamente, starke Medikamente mit starken Nebenwirkungen, um die armen Kinder von der bösen E-Zigarette wegzubekommen. Also sie sagen, das Produkt, was keinem schadet, ist böse, nimm lieber Medikamente mit starken Nebenwirkungen. Das ist gut, weil das ist von der Pharmaindustrie. Und das alleine, wenn man auch nichts anderes als Argument hätte, das alleine lässt doch wirklich aktiv blicken, aus welcher Richtung da der Wind weht. Lange Folge gewesen heute. Ich bin auch noch viele Dinge, nicht am Hinterherkommen, das war in letzter Zeit wirklich schwierig. Ganz wichtig, am 2. Februar, also jetzt in ein paar Tagen, bin ich in Augsburg bei der Eröffnung Dampfgeneration. Da ist unter anderem auch Dish Martin, des Steamshots und ich weiß nicht, noch ein paar Leute, also ich weiß gar nicht, wer da noch alles kommt, einige. Und zwar Dampfgeneration, den Chef, den kenne ich schon richtig lange. Der hat sich da so ein bisschen vergrößert, der hatte jetzt da jahrelang, nicht böse gemeint, Rainer, eine kleine Pommesbude, also einen sehr, sehr kleinen Laden und der vergrößert sich da jetzt und macht zusammen mit Citywabe da auch eine Sortimentserweiterung in großem Stil und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das wird bestimmt sehr witzig. Vor allem komme ich da mal wieder nach Bayern, das ist ja schon ein paar Tage her. Ja und ansonsten, viele Sachen, die ich noch machen wollte, wo ich nicht vergessen habe, ich will auf jeden Fall noch ein Wickelvideo machen zum Aromameiser, weil das häufig gefragt wird, weil ich habe ja den Eimer ständig in der Hand hier. Das kommt auf jeden Fall, es kommt ein Review zu den beiden Augvapes hier, also dem Intake und der Droger Foxybox. Brunhilde will ich was machen, es kommen neue Liquid Reviews, also ich habe im Moment eine richtig lange To-Do-Liste, die Themen gehen mir aktuell nicht aus. Tatsächlich bin ich auch seit drei Wochen dabei, Liquids abzulehnen. Ja, also, wenn wir die Messe mal ausnehmen, eigentlich seit fünf Wochen, lehne ich im Moment alles ab, weil ich schon wieder nicht hinterherkomme. Da ist es auf jeden Fall spannend, wann ich dann mal Zeit finde. Die Sache mit Samstag, die werde ich dann irgendwann Mitte der Woche erst schneiden können, weil ich dann nach dem Wochen natürlich wieder arbeiten muss und so. Ja, mal gucken. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wer es noch nicht kennt, ich habe neben dem YouTube-Kanal zum Dampfen noch einen Twitch-Kanal, wo ich quasi alles andere mache. Natürlich reden wir da auch hin und wieder über E-Stigaräten, aber eben auch über alle anderen Themen, Politik, Philosophie, Serien, Filme, was weiß ich, alles, worauf ihr jeweils Bock habt. Und zwar ist das dann AllesAndereTV, könnt euch jetzt den Twitch-Link geben, einfacher als alles-andere.tv. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, teilen, liken, erzählt es euren Freunden, unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.